Um Geld zu sparen, solltest du versuchen, 10-20% deines Lohns direkt auf ein Sparkonto zu überweisen. Wenn das nicht möglich ist, zahle zunächst deine Schulden zurück, bevor du das Geld zum Vergnügen oder für Luxusgüter ausgibst. Du kannst auch ein Budget erstellen, um nachzuverfolgen, wofür du dein Geld ausgibst. Ein solches Budget berücksichtigt normalerweise Bereiche wie Miete, Lebensmittel, Benzin und Freizeit. Passe es jedoch ruhig deinen Bedürfnissen entsprechend an. Verfolge deine Ausgaben für einen ganzen Monat, um dein Verhalten zu analysieren und herauszufinden, in welchen Bereichen du dich einschränken kannst. Du könntest beispielsweise Gebrauchte anstatt neuer Kleidung kaufen oder deinen Strom- und Wasserverbrauch einschränken, um die Kosten zu mindern und indem du selber kochst, anstatt essen zu gehen. Vergiss nicht, Ersparnisse vermehren sich. Kleine Veränderungen haben eine große Wirkung. Veränderungen haben eine große Wirkung. Veränderungen haben eine Wirkung der Berge ausglückachten, um die Weiss nachzudenken, iken d Website viel an, um das Geld über ein Begriff zu sein undVERnie. Veränderungen geben für die Lauren-Persäule werden, Vielen Dank.